Stell dir mal vor, es würde etwas geben, mit dem du mit ein paar Minuten am Tag dein Selbstbewusstsein steigerst, dein Wohlbefinden steigerst, deine Sicht auf dich selbst und dein Leben ins Positive verändern kannst und wie du einfach mehr du selbst sein kannst. Also quasi eine nähernde Selbstfürsorgeroutine, die du in wenigen Minuten am Tag machen kannst und dadurch den Blick auf das Positive viel einfacher finden kannst und viel bewusster werden kannst. Stell dir mal vor, sowas würde es geben. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Podcast Augen zu und Sonnenseite. Ich freue mich mega, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es nämlich um das wunderschöne, tolle Thema Journaling. Journaling, ich werde in dieser Podcast-Folge darüber sprechen, wie du für dich journalen kannst, sodass es eben auch dabei hilft, selbstbewusster zu werden. Das heißt, dir deiner selbstbewusster zu werden, aber eben auch Selbstbewusstsein im Sinne von ich stehe mit beiden Beinen im Leben, ich stehe zu mir selbst, ich weiß, wer ich bin und alles andere kann mir einfach nichts anhaben. Auch zum Beispiel, wenn du eine Person bist, die errötet, die öfter mal errötet, kannst du durch Journaling das Erröten minimieren. Warum? Weil du dir deiner selbstbewusst bist. Das heißt, du weißt in diesen Situationen, okay, ich werde jetzt rot, aber da ist ja noch so viel mehr. Aber wenn du dieses Mehr einfach nicht kennst und gar nicht weißt, dass es da ist, dann kannst du dir das in diesen Situationen natürlich nicht denken. Und jetzt steige ich rein in das Thema, beziehungsweise noch eine kurze Sache vorher, nicht so unwichtig. Es wird nämlich eine Journaling-Challenge geben. An dieser Journaling-Challenge kannst du kostenfrei teilnehmen. Die Journaling-Challenge startet, ja, ich sag mal offiziell am 1. Februar. Ich werde aber schon am 31.01.2024 ein Instagram Live geben auf meinem Instagram-Account at Katrin Schlinkert, sei da mega gerne mit dabei. Und am 1. Februar starten wir dann gemeinsam in die Journaling-Challenge. Dein tägliches Journal, die Vier-Wochen-Challenge. Und es haben sich schon einige Frauen angemeldet und ich freue mich so, denn es ist natürlich umso schöner, wenn man das nicht alleine macht. Und ich selber werde auch an der Challenge teilnehmen, denn ich möchte auch wieder täglich journalen. Weil ich jetzt für mich gemerkt habe, als ich das jetzt rund regelmäßig gemacht habe über die letzten Monate, es fehlt mir jetzt. Und so kam mir dann eben auch die Idee, warum alleine anfangen, warum nicht euch mitnehmen in die Journaling-Challenge. Und vielleicht gibt es ja auch welche von euch, die noch gar nicht gejournalt haben. Also Journaling ist jetzt erstmal, ich sag mal, wie ein strukturiertes Tagebuch schreiben mit einem gewissen Ziel auch. Und vielleicht gibt es unter euch eben welche, die noch gar nicht gejournalt haben. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Vielleicht gibt es schon Erfahrungen, das ist auch in Ordnung. Ich habe ja auch schon jahrelang wirklich tagtäglich gejournalt, aber möchte jetzt gerne, wie gesagt, da wirklich nochmal in so eine Routine kommen. Und ich glaube, ich könnte da Stunden drüber reden. Es gibt einfach nur Vorteile von Journaling. Und um das jetzt hier mal so ein bisschen strukturierter zu machen, genau. Also es gibt die Journaling-Challenge, startet am 31.01. mit einem Instagram-Live. Folgt mir dazu super gerne auf Katrin Schlinkert auf Instagram. Denn in diesem Live werde ich alles nochmal erklären. Werde genauso aber auch auf Fragen nochmal eingehen. Das heißt, wenn du auch schon eine Frage hast, darfst du mir die auch super gerne stellen. Total gerne per Nachricht eben auf Instagram oder Facebook. Oder kannst mir auch eine E-Mail schreiben an hello at katrinschlinkert-coaching.de. Und kannst mir da gerne auch nochmal deine Frage stellen. Ich werde aber jetzt gleich auf jeden Fall so einige Dinge schon mal erklären. Und warum Journaling einfach so mega ist. Und wie du einfach mit wirklich wenigen Minuten am Tag so viel bewirken kannst. Und wie kannst du an dieser Challenge teilnehmen? Du besorgst dir das PDF-Journal. Mein neues PDF-Journal, das habe ich überarbeitet. Du findest dazu den Link auf jeden Fall in den Shownotes. Und kannst dir dann dort das Journal, das PDF-Journal gratis, beziehungsweise für 0 Euro herunterladen. Dann hast du schon mal das Journal, mit dem du arbeiten kannst. Das kannst du dann herunterladen, kannst du speichern und dir gegebenenfalls ausdrucken. Oder eben online damit arbeiten. Ich habe ein Remarkable. Und da kann man auch ganz toll eben dann reinschreiben und muss das eben nicht ausdrücken. Drucken? Muss man nicht ausdrücken. Und dann kannst du total gerne am Instagram live teilnehmen, am 31.01. Und kannst dir aber auch die Aufzeichnung ansehen. Ich werde das auf jeden Fall speichern. Und dann darfst du das gerne noch teilen mit einer Person, wo du sagst, diese Person würde das Journaling vielleicht auch ganz gut tun. Das darfst du gerne noch machen. Und ansonsten steigen wir dann am 1. Februar in die Journaling Challenge zusammen ein. Und ihr dürft mir zwischendurch auch Fragen stellen. Die würde ich dann auch auf Instagram beantworten. Kannst du auch eine E-Mail schreiben. Und dann machen wir das zusammen. Ziehen wir das auf jeden Fall zusammen durch. Und teilen dann eben auch am Ende der 4-Wochen-Challenge. Der Journaling 4-Wochen-Challenge. Was hat sich für dich verändert? Und ich bin so, so gespannt, was sich bei euch verändert. Und es ist wirklich so, so schön. Genau. Ich starte erstmal damit, okay, wie habe ich denn eigentlich angefangen mit dem Journaling? Wie fing bei mir eigentlich alles an? Damals, ich war ja wirklich gar nicht selbstbewusst. Also ich hatte ja auch eine ganz große Thematik mit dem Erröten. Und ganz viele Ängste. Also ich möchte nicht sagen, es war irgendwie alles schlecht. Weil es hört sich irgendwie so an, als wäre irgendwie alles schlecht gewesen. So war es ja auch nicht. Aber ich hatte schon viele Ängste. Und vor allem, was so mein Hauptthema war, war, ja wie gesagt, das Erröten. Aber damit einhergehend eben auch, dass ich mich wirklich neben nahezu jedem Menschen klein gefühlt habe. Egal, egal wer das war. Ich habe mich neben fast jedem Menschen wirklich klein gefühlt. Also wirklich so klein und nichtssagend. So, ja, auch so als wäre ich halt weniger wert. Ja, also dass alle anderen Menschen eigentlich mehr Wert haben als ich. Das war so meine Ausgangssituation. Und ich hatte auch immer Probleme, damit im Mittelpunkt zu stehen. Nicht als Kind, aber dann später, ja, als dann so die Gedanken und so dazu kamen, dass man wahrgenommen hat, okay, andere Menschen könnten was über dich denken. Dann ist das eben weniger geworden. Und irgendwann war bei mir so der Punkt, vielleicht hast du das auch irgendwann schon gehört in einer Podcast-Folge, wo ich für mich wirklich von der Arbeit nach Hause kam. Und ich war total kaputt, also wirklich total fertig, weil ich das Gefühl hatte, dass ich mich den ganzen Tag irgendwie zusammenreißen muss. Und ich war den ganzen Tag in Anspannung. Also wirklich so, es könnte irgendwas passieren. Und mein Körper war einfach in einer Daueranspannung, in einem Dauerstresszustand. Und das hat mich so mitgenommen. Also es hat mich wirklich körperlich, aber auch mental sehr mitgenommen, muss ich sagen. Ja, also ich hatte auch immer wieder irgendwelche Probleme, Magenprobleme, Halsprobleme, also so Halsschmerzen, Halsentzündungen. Ich habe mit den Zähnen geknirscht, musste so eine Schiene bekommen. Also wirklich alles auch so Dinge, wo der Körper mir schon gezeigt hat, Katrin, du bist eigentlich jetzt gerade die ganze Zeit mega im Stress. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich bewusst das ganz oft gar nicht gemerkt, dass ich im Stress war. Für mich war das so, hey, ich verstehe das überhaupt gar nicht, warum ich Magenprobleme habe. Ich habe doch gar keinen Stress. Aber ich habe einfach nicht mein wahres Selbst gelebt. Ich habe nicht zu mir selbst gestanden. Und das hat mein Körper mir dann halt irgendwann gezeigt. Ja, und auch das Erröten. Ja, was ich ja sehr lange extrem hatte, ist eben auch eine Sache, womit meiner Meinung nach unser Körper uns halt sagt, guck mal dahin. Weil das kreiert in uns einen Leidensdruck. Ja, weil wir das natürlich nicht wollen. Also in den meisten Fällen will man das nicht, dass man erröte und dass andere das sehen. Und dadurch wächst dann der Leidensdruck in uns. Und wenn der Leidensdruck mehr und mehr wird, was passiert dann? Dann müssen wir irgendwas verändern, weil wir damit nicht mehr zurechtkommen, wie der Jetzt, der Ich, also der Jetzt-Zustand quasi ist. Und deshalb glaube ich, dass genauso, ja, Thematik mit Erröten, ständige Erkältungen vielleicht auch, ständige irgendwelche Krankheiten, aber auch so Niedergeschlagenheit, Müdigkeit, dass diese Dinge, das sind alles Indizien dafür, dass irgendetwas nicht im Balance ist, dass irgendwas irgendwie nicht stimmt. Und dann war da halt dieser eine Moment wirklich nach der Arbeit, wo ich so fertig war. Und dann bin ich so in meinen schmalen Flur gekommen, meinen Hausflur und da hing so ein weißer Spiegel und ich hatte eine Wand in meinem Flur so lila gestrichen. Würde ich jetzt gar nicht mehr machen, aber der war so lila gestrichen. Und ich hatte so Wandtattoos auch an der Wand, die schon eigentlich dafür gestanden haben, so für dieses Freisein. Ich hatte so ein Wandtattoo mit einer Elfe, die so wie geschwebt ist. Und die Hand war so nach oben und an der Hand waren, ich glaube, es waren Schmetterlinge, die so weggeflogen sind. Und das hat mich da schon so total angesprochen, obwohl ich da noch gar nicht so krass bewusst eigentlich war mit mir selbst und meinem Leben und meinen Gefühlen. Aber irgendwie hat mich diese Elfe schon total angesprochen und das war auch so eine lilane Elfe, die dann auf dieser weißen Tapete war und die rechte Wand davon war dann so lila. Und dann stand ich eben in dem Flur und dann habe ich meine Tasche abgelegt mit dem Laptop drin und habe mich dann so zum Spiegel gedreht und habe mich selbst angeguckt. Und dann musste ich einfach weinen. Dann habe ich diese Anspannung des ganzen Tages losgelassen und ich war so verzweifelt in diesem Moment, weil ich nicht mehr wusste, was ich machen soll. Ich wusste einfach, es geht so nicht weiter, so wie es jetzt ist, geht es nicht weiter. Und dann bin ich in Anführungsstrichen durch Zufall auf Instagram auf so ein Buch gekommen, das hat jemand vorgestellt, die Gesetze der Gewinner. Ja, und das war für mich so der Einstieg in dieses, ja wie soll ich sagen, in die Persönlichkeitsentwicklung eigentlich. Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsrückentwicklung, sage ich auch ganz gerne. Und da wirklich einmal so reingegangen zu sein und einen Blickwinkel von einem anderen Menschen zu lesen in dem Moment. Und das hat mir so eine Tür geöffnet zu einem anderen Bewusstsein. Eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, auch zu einem anderen Leben. Denn ich muss wirklich sagen, das, was ich heute lebe, das hat mit dem, wo ich jetzt gerade von erzählt habe, so in diesem Moment, das hat damit wenig zu tun. Das hat damit sehr wenig zu tun. Und ich lebe jetzt halt das, was ich leben möchte. Ich habe Entscheidungen getroffen, die schwierig waren, die groß waren, aber die für mich ein purer Akt der Selbstliebe waren, wie zum Beispiel die Auswanderung, Kindigung in meinem Unternehmen, Jobwechsel, dann Selbstständigkeit, beziehungsweise vorher erstmal eine Coaching-Ausbildung, Hypnose-Ausbildung einfach machen, obwohl ich gar nicht weiß, ob das irgendwie was für mich ist. Und das waren für mich alles Dinge, womit ich mir eigentlich selbst gesagt habe, dass ich mir selbst wert bin. Und vor allem, dass ich mich auch selbst so sehr liebe, dass ich diese Entscheidungen treffe, auch wenn sie schwierig sind. Genauso auch jetzt wieder die Entscheidung von Lanzarote nach Fuerteventura zu ziehen. Was auch eine schwere Entscheidung war, weil das, also sobald das mit anderen Menschen auch irgendwas zu tun hat oder die Beziehung zu anderen Menschen beeinflusst, fällt mir das schwer. Aber trotzdem habe ich diese Entscheidung getroffen, weil ich für mich gespürt habe, ich muss das jetzt tun. Und dementsprechend war das jetzt auch wieder ein Akt der Selbstliebe zu sagen, ich ziehe jetzt nach Fuerteventura, weil ich das so sehr will und weil ich diese Erfahrung jetzt machen muss. Und ja, dementsprechend hat das Leben jetzt nicht mehr so viel mit dem zu tun, natürlich, also jetzt mal so im gesprochenen Sinne, wie ich mich einfach gefühlt habe und so diese Verbundenheit zu mir selbst. Und was ich dann eben gemacht habe, ist, dann bin ich irgendwie über diese Person, diese Person irgendwie zu einem Coach gekommen und da habe ich dann mein erstes Coaching gemacht. Und da habe ich das erste Mal meditiert und da habe ich eben auch das erste Mal gejournalt. Und ich sage nicht, dass es nur das Journaling ist, was mich hier hingebracht hat, auf gar keinen Fall. Da zählen noch viele, viele andere Dinge mit dazu, wo ich auch immer mal wieder hier natürlich im Podcast drüber spreche, weil man das ja nicht alles in eine Podcast-Folge packen kann. Aber Journaling war ein ganz, ganz großer Part meiner Veränderung. Und dementsprechend, deshalb ist mir das so wichtig, diese Podcast-Folge hier nochmal aufzunehmen und das mit dir zu teilen, um dich verstehen zu lassen, warum ich eine Journaling-Challenge mache. Warum ich möchte, dass du mit dem Journaling anfängst und einfach mal wirklich reinfühlst und guckst, ob das was für dich ist. Aber das auch nicht nur drei Tage machst, sondern einfach mal durchziehst für einen Monat. Weil wir oft nach einer Woche noch nicht wissen können, ob es wirklich das ist. Weil es ist erstmal so diese Umstellung, es ist was Neues. Das muss sich halt erstmal setzen. Und man sagt, dass eine Routine frühestens nach 21 Tagen etabliert wird. Aber das kann auch bis zu 66 Tage eben sein. Und dementsprechend, ja, dachte ich, dass ein Monat ein guter Zeitraum ist. Hier fliegt einfach gerade ein Adler. Das ist auch nicht so schlecht. Also es ist echt schön. Ah, was bedeutet das jetzt, dass jetzt hier so ein Adler fliegt? So schön. Ja, und deshalb, ja, deshalb möchte ich euch einfach mitnehmen in diese Journaling-Welt. Und vor allem, weil, wie ich das schon am Anfang gesagt hatte, weil man dafür auch nicht jeden Tag drei Stunden braucht. Sondern du kannst, ich sag mal, Minimum fünf Minuten kannst du schon, da kannst du schon journalen. Es gibt ja auch, glaube ich, das Sechs-Minuten-Tagebuch. Wenn mich das jetzt, ich glaube, das waren sechs Minuten. Und das passt schon irgendwie, ja, dass man sich morgens drei Minuten nimmt und abends drei Minuten. Und ganz im Ernst, hast du sechs Minuten Zeit am Tag für deine persönliche Weiterentwicklung, dass es dir besser geht. Dass du mehr ins Selbstbewusstsein kommst. Dass du mehr zu dir selbst stehen kannst. Dass du mehr das Positive sehen kannst in deinem Leben. Dass du dich viel wohler fühlst in dir selbst. Dass du groß träumen kannst. Dass du merkst, okay, ich bin Schöpferin meines Lebens. Ich bin nicht Opfer meiner Umstände. Sechs Minuten? Ich denke schon, oder? Ganz ehrlich, da macht man halt dann vielleicht mal was anderes weniger. Oder selbst wenn man sechs Minuten weniger schläft, das macht den Braten dann auch nicht mehr fett. Aber du musst es halt auch wollen, ne? Also es ist natürlich so dieses, man kann immer Ausreden finden. Und ich finde auch, ich kann auch immer Ausreden finden, ne? Auch jetzt hier die Podcast-Folge aufzunehmen, ne? Es gibt tausend Sachen, die ich halt sonst noch auch hätte machen können, jetzt hier auch in einem neuen Haus. Aber manchmal muss man einfach sagen, ich mach das jetzt, weil ich ja auch weiß, wofür ich es mache. Ja? Also so ein Journaling, vielleicht macht dir das am Anfang ganz viel Spaß, das kann sein. Aber vielleicht macht es dir auch noch nicht so viel Spaß. Aber wenn du so die ersten Ergebnisse merkst, siehst, dann willst du das weitermachen. Ja? Und nimm dir einfach die Zeit für dich selbst und überlege hier in diesem Moment vielleicht auch für dich, möchte ich wirklich selbstbewusster werden? Weil was gibt dir das dann in deinem Leben, wenn du zum Beispiel selbstbewusster bist? Wenn du vielleicht deine Erröten minimieren kannst? Wenn du vielleicht in sozialen Situationen ja viel selbstbewusster sein kannst und deine Scham so ein bisschen ablegen kannst? Wenn es sich, sagen wir mal, zehn Minuten, wenn es sich zehn Minuten am Tag kostet, in Anführungsstrichen kostet, deine Investition zehn Minuten am Tag, dafür wirst du in, ich sag jetzt einfach mal irgendeine Zahl, drei Monaten selbstbewusster sein oder auch nach den vier Wochen wirst du schon eine kleine Veränderung merken, würdest du es dann tun? Würdest du diese zehn Minuten investieren? Wenn du sagst Nein, dann kannst du jetzt abschalten, dann brauchst du das ja eigentlich auch nicht mehr hören. Wobei ich ja auch sagen muss, wenn du bis hierhin hörst, dann hast du jetzt schon knapp 18 Minuten deines Lebens hier mit mir verbracht, dann kannst du auch jeden Tag zehn Minuten für dich investieren. Ja, also wenn du diese Frage mit Nein beantwortest, wenn du dir selbst die zehn Minuten am Tag nicht wert bist, sondern lieber was weiß ich was machst, es kann natürlich auch sein, ja, also ich habe auch mit ein paar Leuten geschrieben, die haben halt auch Kinder und natürlich, das macht das Ganze vielleicht ein bisschen schwieriger, als jetzt jemand, der komplett alleine ist, Single ist und so, aber zehn Minuten, zehn Minuten für deine Entwicklung, wenn man die doch nicht hat, was erwartet man dann eigentlich, also muss ich ganz ehrlich sagen, was erwartet man vom eigenen Leben, wie soll man sich dann selber verändern, wie soll man selber wachsen, wenn man keine zehn Minuten am Tag hat, jetzt mal ganz im Ernst, also, also, das ist, es ergibt keinen Sinn. Wir dürfen Zeit investieren, wir dürfen mit uns selbst in Verbindung gehen, ansonsten, wo soll Wachstum so herkommen, ne? Genau, und ein Satz, den ich so total schön finde, ist, where focus goes, energy flows. Das heißt, wo dein Fokus hingeht, geht deine Energie hin. Und wo deine Energie hingeht, das ist jetzt nochmal ein Zusatz, wo deine Energie hingeht, davon kreierst du mehr in deinem Leben. Das heißt, wenn du dich fokussierst auf das Schlechte, in Anführungsstrichen, das Schlechte, was nicht gut gelaufen ist, dann wird das viel präsenter sein in deinem Gehirn, in deinem Kopf, in deinem Leben, als wenn du dich auf die positiven Dinge konzentrierst. Und ich finde das auch immer total schön in den Coachings, die ich gebe, dass die Klientinnen so in das Coaching reinkommen und mir dann zum Beispiel von so einer schlimmen Situation erzählen, die denen halt passiert ist, was ich auch voll nachvollziehen kann und so weiter. Und wir kriegen das aber trotzdem immer noch gedreht, weil es gibt in jeder Situation immer noch etwas Positives. Es gibt immer etwas, was gut daran ist. Und das habe ich, das würde ich sagen, habe ich tatsächlich durch das Journaling gelernt, in allem noch das Positive zu sehen. Und wenn du das über einen längeren Zeitraum dann machst mit dem Journaling, dann wirst du automatisch es schaffen, immer das Positive in allem zu sehen. Ja, ich sage nicht, dass es in 100 Prozent der Fällen, dass das klappt, aber ich habe das wirklich gelernt durch tägliche Übungen, weil du dir ja, da komme ich jetzt gleich auch nochmal zu, weil du dir ja bei dem täglichen Journaling immer die Frage stellst, was war gut? Was war ein Erfolg heute? Das heißt, aktiv den Fokus auf das Positive zu richten, auf das, was du geschafft hast, auf das, was gut war. Und dann schaffst du das auch in deinem Alltag, in deiner alltäglichen Situation, wenn irgendwas passiert, gestern zum Beispiel war so ein Tag, da ist dann der Teebult kaputt gegangen, dann ist mir irgendwas runtergefallen, dann, was war denn noch, ich weiß es nicht, also wirklich so, wo man sich hätte denken können, boah, heute ist ja gar nicht mein Tag, heute passiert ja nur Mist. Und dann habe ich mich selbst dabei ertappt und habe dann aber gesagt so, nee, ist doch nicht schlimm. Ja, also es gibt heute auch wunderschöne Dinge, die passieren dürfen und die schon passiert sind. Ich bin zum Beispiel aufgewacht, das ist schon mal, dafür kann man schon mal sehr dankbar sein. Und genau, und dabei hat mir Journaling eben sehr geholfen. Das heißt, es macht einen super großen Unterschied, ob wir uns in unserem Leben und in unserem Alltag auf das Positive fokussieren, weil das ist auch immer da, oder ob wir uns auf das Negative konzentrieren, auf das, was nicht gut gelaufen ist, denn das ist auch immer da. Es gibt immer Yin, Yin und Yang. Es gibt immer sozusagen, ich sage jetzt einfach mal, in Anführungsstrichen, ja, weil was ist gut, was ist schlecht. Gut und schlecht. Also es gibt immer beide Seiten. Und die sind da. Die Frage ist aber, worauf fokussierst du dich? Es gibt jetzt in diesem Moment in deinem Leben wahrscheinlich ziemlich viel Scheiß. So? Ja, es gibt wahrscheinlich, also wenn überhaupt, dann gibt es schon das eine oder andere, was jetzt vielleicht besser sein könnte. Und es gibt aber auch genauso auf der anderen Seite tolle Dinge. Und du darfst ja jetzt entscheiden, worauf fokussiere ich mich. Und worauf du dich fokussierst, where focus goes, energy flows, davon wird mehr. Ja? Auch wenn es nur ist, dass du es größer machst, weil du die Aufmerksamkeit hingerichtest. Ja? Also wenn ich jetzt auch gerade an mein Leben denke, es gibt wirklich auch viele Dinge, viele Dinge, auf die könnte ich mich konzentrieren, die echt nicht so gut laufen. Ich könnte mich da richtig reinsteigern. Und dann würde ich wahrscheinlich gar nichts mehr machen, weil ich so Angst hätte. Bin ich ganz ehrlich. Aber ich entscheide mich wirklich, also meinen Fokus auf das Positive zu haben. Und dadurch wird meine Angst auch geringer oder ist einfach gar nicht da, weil ich ja das Positive sehe, das Gute sehe. Und da der Fokus dahin geht, darf es auch mehr werden. Es wird viel präsenter in mir und in meinem Leben. Und wenn du noch das Gesetz der Anziehung, wenn wir das noch mit reinnehmen, dann bedeutet das ja eben auch, dass wir dann davon tatsächlich auch mehr in unserem Leben bekommen, dass es nicht nur mehr Raum einnimmt in unserem Kopf und in unserem Sein, sondern dass wir tatsächlich im Außen dann davon auch mehr bekommen. Und da stehe ich auch total hinter und daran glaube ich auch sehr. Und es macht halt einfach etwas mit dir und deinem Wohlbefinden, deiner Sicht auf dich selbst und dein Leben. Und dein tägliches Journal, die Vier-Wochen-Challenge. Wie gesagt, wir starten ja am 31.01. mit einem Instagram Live. Das ist dann sozusagen für dich dein neues tägliches Selbstfürsorge-Ritual für mehr Wohlbefinden, Verbindung zu dir selbst, aber eben auch ja einem neuen, positiven Blick auf dich und dein Leben. Und ich wollte jetzt gerne noch einmal reingehen. Vielleicht hast du mein altes Journal auch schon. Das hast du auf jeden Fall, also wenn du es dir runtergeladen hast, wenn du in meinem Newsletter bist. Wenn du in meinem Newsletter bist, hast du auf jeden Fall oder hattest auf jeden Fall Zugriff auf mein PDF-Journal. Es gibt aber ein neues, das habe ich jetzt im Januar erstellt. Das heißt, wenn du das neue Journal noch nicht hast, aber in meinem Newsletter bist, du kannst dich glaube ich auch einfach nochmal neu in den Newsletter eintragen und bekommst es dann, könntest mir aber auch einfach schreiben auf Social Media oder eben auch ein E-Mail hello at katrin-coaching.de und dann würde ich dir das eben zukommen lassen, kostenfrei und dann hast du da eben auch das neue Journal. Natürlich das alte Journal, das bedeutet jetzt nicht, dass das irgendwie keinen Sinn mehr macht, aber ich habe es einfach ein bisschen angepasst, auch ein bisschen schöner gemacht, noch ein paar Erklärungen noch reingebracht und das ist jetzt für mich auf jeden Fall stimmiger. Das heißt, genau, wenn du schon in den Newsletter bist, dann melde dich einfach nochmal neu an oder schreib mir eben eine Nachricht und dann bekommst du auf jeden Fall das neue Journal und wenn du eben noch nicht im Newsletter bist, dann darfst du dich einfach zum Newsletter anmelden und dann darfst du auch deine E-Mail-Adresse bitte nochmal bestätigen. Du bekommst deine E-Mail, musst dann nochmal da draufklicken und die bestätigen, das ist ganz wichtig und dann bekommst du nochmal eine Mail und da findest du einen Link und unter diesem Link kannst du dir dann das PDF-Journal herunterladen und mit diesem Journal werden wir dann eben im Februar arbeiten und da habe ich nochmal so ein paar Erklärungen eben dann auch reingebracht. Ich versuche es hier gerade zu finden, weil ich das ja hier schon auf mein Remarkable gepackt habe, weil ich gar nicht mehr irgendwelche Dinge ausdrücke. So hat man halt nicht tausend Blätter überall und wie viele Journals, also wie viele Journals soll man dann haben? Also das möchte ich einfach nicht. Genau. Und dann kannst du dich so gerne, wenn du das Journal dann heruntergeladen hast, dann eben mal so da durchklicken und wenn du dann Fragen dazu hast, dann schreibst du mir, wie gesagt, einfach. Und es gibt bei diesem Journal, wir machen das ja täglich. Ja, das ist auch genau das, was ich eigentlich in der Vergangenheit gemacht habe. Ich habe mit diesem Journal, mit diesem Aufbau des Journals jahrelang tatsächlich gearbeitet und ich habe das wirklich täglich gemacht. Ich habe morgens und abends täglich gejournalt über Monate, wenn nicht Jahre. Also Monate auf jeden Fall. Ich würde aber sagen tatsächlich, also ich habe mindestens ein Jahr jeden Tag gejournalt. Und wenn, dann ist es vielleicht mal irgendwann so ein bisschen abgeflacht und dann habe ich es aber auch wieder täglich gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, wie gut es mir tut. Und in diesem Journal, du wirst es ja dann auch sehen, weil du dir das dann runterlädst, gehen wir ganz besonders ein auf die Intention des Tages. Wir gehen auf die Erkenntnisse ein des Tages. Das heißt, am Ende des Tages wirst du den Tag nochmal Revue passieren lassen. Das ist so wichtig und so wertvoll. Dann gehen wir auf die Erfolge ein und auf Dankbarkeit. Das heißt, wofür bist du dankbar? Das ist so das Tägliche. Und dann gibt es ein wöchentliches Journaling, was ich auch nochmal so wichtig finde. Denn selbst wenn du täglich nochmal Revue passieren lässt, was war eigentlich, ist es tatsächlich so, dass du dann am Sonntag echt viele Dinge schon wieder vergessen hast. Ja, also wenn was bei dir nicht so ist, dann bist du richtig gut. Aber normalerweise vergessen wir viele Dinge auch. Und unser Gehirn ist auch so konzipiert, dass wir die positiven Dinge eher vergessen, als das, was nicht so gut gelaufen ist. Weil uns das früher, ja, evolutionsbedingt, früher hat uns das einfach das Überleben gesichert, wenn wir uns mehr daran erinnert haben, was schlecht war. Weil dann können wir uns ja darauf vorbereiten, dass Gefahr lauert. Aber heutzutage wollen wir nicht mehr die Gefahr ständig im Nacken haben, sondern wir wollen uns ja an das Schöne erinnern. Und darum geht es dann eben auch nochmal in der wöchentlichen Reflexion, für sich selber nochmal zu gucken, nochmal wirklich auf die Woche zurück zu gucken und für sich zu schauen, was war denn eigentlich alles. Ja, da kannst du dann eben auch die täglichen Seiten nochmal zur Hand nehmen und gucken, was habe ich mir denn da eigentlich jeden Tag so aufgeschrieben, was ist da so passiert, was waren meine Erkenntnisse, was waren meine Erfolge. Und davon kannst du dir dann sozusagen in dem wöchentlichen Journaling, das kannst du am Sonntag zum Beispiel machen, Sonntagabend oder auch am Montag dann für die Woche davor, kannst du dann wirklich nochmal gucken, was waren wirklich meine Haupterfolge, was waren wirklich meine Haupterkenntnisse aus dieser Woche, wie war so generell mein Gefühl in der Woche, so mein Hauptgefühl, sage ich jetzt mal. Also was war so am meisten präsent, zum Beispiel Traurigkeit oder Hauptpräsent war glücklich, fröhlich oder verwirrt oder Stress oder irgendwie sowas. Und das kannst du dann hier quasi nochmal festhalten. Und vor allem kannst du auch hier bei der Wochenreflexion dann nochmal oder schon mal einen Blick auf die nächste Woche richten und eben schauen, was möchtest du denn in der nächsten Woche, was möchtest du in der nächsten Woche tun, wie möchtest du dich fühlen, worauf freust du dich auch vielleicht in der nächsten Woche. Und das ist nämlich total schön, die Woche mit so einem gewissen Fokus dann auch wieder zu starten und sich zu überlegen, was darf denn eigentlich in der nächsten Woche passieren, was darf in mein Leben kommen, worauf freue ich mich, was ist wirklich auch so ein Commitment, das ich an mich selbst gebe, also was möchte ich wirklich auch tun, vielleicht auch für mich selbst, vielleicht für meinen Traum, für meinen Beruf, also was auch immer. Und das kannst du dann eben hier auch festhalten, sodass du das dann nicht vergisst, dann kannst du auch immer nochmal nachgucken. Und das ist wirklich nochmal sehr, sehr wertvoll. Also hier nochmal auch der positive Blick, also wirklich der Blick auf die Erfolge. Auch wieder, wofür bin ich dankbar? Ja, also was vielleicht, ich kann es mir vorstellen, für die eine oder andere schon so ein bisschen banal klingt, vielleicht auch generell Erfolge, Dankbarkeit, aber da darfst du dir dann vielleicht die Frage stellen, machst du es denn täglich? Ja, also es ist, es ist eigentlich relativ einfach, es ist ein relativ einfaches Tool, was auch noch zudem wenig Zeit braucht, also wenig Zeit invest, aber hinten raus bekommst du so viel davon und deshalb finde ich Journaling eben so genial. Genau, und dann hast du hier eben auch nochmal so ein Wochenranking und kannst dann so ein bisschen wirklich auch beobachten, ja, was ist auch wirklich so, wie ist so die Tendenz auch, also wohin geht es auch bei dir? Und eine Intention, also ich gehe jetzt nochmal zurück auf so dieses Tagesjournaling, ideal wäre es, wenn du morgens dich schon mal hinsetzt und schaust, okay, wofür bin ich jetzt gerade dankbar? Du kannst auch zum Beispiel heute, es ist gerade Sonntag, ich könnte mir jetzt zum Beispiel jetzt gerade auch aufschreiben, wofür bin ich dankbar, was gestern war oder was waren meine Erfolge von gestern? Also das funktioniert auch, das heißt, dass ich jetzt in einem Journaling von Sonntag quasi meine Erfolge von gestern aufschreibe, ja, wenn ich das zum Beispiel sonntags morgens mache und da kannst du aber so ein bisschen auch für dich gucken, was passt da so am besten und bei der Intention geht es eben darum, dass du das wirklich morgens machst und für dich sagst, was ist meine Intention des Tages, also was darf der Tag mir bringen, worauf darf ich meinen Fokus setzen? Wie möchte ich mich vielleicht auch fühlen? Und es könnte zum Beispiel sein, dass deine Intention ist, heute entspannt zu bleiben. Es könnte sein, dass deine Intention ist, heute alles bewusst wahrzunehmen. Deine Intention kann sein, zwei Liter oder drei Liter Wasser zu trinken. Deine Intention kann sein, spazieren zu gehen. Deine Intention kann sein, 15 Minuten zu meditieren. Deine Intention kann sein, dein Handy wegzulegen für eine Stunde. Aber eine Intention kann auch sein, ja, irgendein Gefühl einfach, was du vielleicht heute in den Tag mitnehmen möchtest. Und so richten wir uns dann quasi morgens schon aus, ja, und haben so einen kleinen Anker, an dem wir uns immer wieder so festhalten können, so am Tag und woran wir uns immer wieder auch zurückerinnern dürfen, dann über den Tag. Und genau, morgens kannst du dann auch irgendwie schon mal gucken, okay, wofür bin ich jetzt gerade wirklich dankbar. Also was ist schon in meinem Leben? Und das musst du aber nicht, könntest du auch abends machen, aber eigentlich morgens und abends ist eigentlich am besten. Und dann darfst du dir eben abends, wenn der Tag dann quasi vorbei ist, deine Erkenntnisse aufschreiben. Das kannst du auch über den Tag über machen. Wenn du eine Erkenntnis hast, kannst du es auch direkt reinschreiben. Aber so generell, dass du mal so guckst, okay, was hat mir der Tag denn heute gezeigt? Was ist meine Erkenntnis? Also wie zum Beispiel, was wäre denn jetzt bei mir heute schon eine Erkenntnis? Just do it. Also es ist einfach mal zu tun, sich einfach mal wirklich hinzusetzen und manchmal kommt eben die Freude auch beim Tun. So das wäre zum Beispiel eine Erkenntnis für mich heute. Und es ist so, so wertvoll, da nochmal wirklich reinzugehen und das fördert dein Bewusstsein. Dein Bewusstsein dir selbst gegenüber, deinem Leben gegenüber. Und wenn du dich selbst besser kennst und deine Gefühle kennst, deine Wünsche kennst, dann wirkst du selbstbewusster und bist auch selbstbewusster. Weil wie willst du selbstbewusst sein, wenn du dich selbst, wenn du dieses Selbst überhaupt gar nicht kennst? Wie soll das gehen? Wie willst du etwas annehmen, was du nicht kennst? Im Sinne von Selbstannahme, Selbstakzeptanz. Wie willst du dich akzeptieren, wenn du eigentlich dich gar nicht kennst? Wenn du gar nicht weißt, was deine Ziele sind, deine Wünsche sind, was du so den ganzen Tag über machst, was deine Erfolge sind, wofür du eigentlich dankbar bist, was alles in deinem Leben ist. Wenn da so ein riesen Fragezeichen eigentlich ist, dann fällt das natürlich mit der Selbstannahme auch schwer und auch mit dem Selbstbewusstsein und eben dann auch in Kontakt mit anderen Menschen entspannt zu sein und sich wohlzufühlen. Wie willst du dich in dir selbst wohlfühlen, wenn du dich selbst nicht kennst? So. Und dich selbst dann vielleicht auch ablehnst, wenn du dich kennst oder nur diese Teile ablehnst, die du halt kennst. Genau. Und genau, dann geht es auf jeden Fall nochmal um die Erfolge. Das heißt, ein Erfolg ist ein Erfolg, weil du ihn als Erfolg titulierst. Das heißt, ein Erfolg kann alles sein. Ein Erfolg, wirklich, das können kleinste Dinge sein. Das sage ich auch immer in meinen Coachings. Ein Erfolg ist nicht nur ein Uniabschluss oder ein Erfolg ist nicht nur einen Führerschein machen oder ein Erfolg ist nicht nur ich habe jetzt eine Lohnerhöhung bekommen oder so, sondern Erfolg kann auch sein, die ganz kleinen Dinge, die oft ja die großen Dinge sind, weil sie ja zusammen dann das Große ergeben. Ein kleiner Erfolg oder vielleicht ist es für dich auch schon ein großer Erfolg, kann er zum Beispiel auch sein, genug Wasser zu trinken. Erfolg kann sein, deine Meinung gesagt zu haben. Ein Erfolg kann sein, ruhig gewesen zu sein in einer Situation und nicht komplett auszurasten, wenn das so dein Impuls war. oder ein Erfolg kann sein, dass du deine Wut mal rausgelassen hast, kontrolliert irgendwie an einem Kissen, statt dass du die runtergeschluckt hast. Ein Erfolg kann sein, dass du dich abgegrenzt hast und mal Nein gesagt hast oder ein Erfolg kann sein, dass du mal Ja gesagt hast und einfach mal was mitgemacht hast und du entscheidest, was ein Erfolg ist und lass dir das auch nicht nehmen. Ja, du entscheidest, was ein Erfolg ist und das wird hier aufgeschrieben. Das wird hier aufgeschrieben und wenn dir der Gedanke kommt, ist das eigentlich ein Erfolg, dann erinnere dich an meine Worte, du entscheidest, was ein Erfolg ist. Ja, genau und dann eben abends auch nochmal die Dankbarkeit, weil was macht Dankbarkeit mit uns? Dankbarkeit gibt uns eben das Gefühl von Fülle, das Gefühl von ich habe so viel schon in meinem Leben und wenn du in diese Dankbarkeit gehst, ist es tatsächlich so, dass das unsere energetische Schwingung anhebt und wenn unsere energetische Schwingung höher wird, dann ist auch das, was in unser Leben kommt, matcht dann sozusagen auch diese Energie. Das heißt, du wirst auch immer mehr merken, dass schönere Dinge in dein Leben kommen oder dass ja mehr schöne Dinge eben in dein Leben kommen, statt Dinge, die du eigentlich gar nicht haben möchtest, aber wenn du eben ja auch so auf der Energie bist, so von wegen Mangel, alles ist scheiße, ich habe nichts in meinem Leben, alles blöd, dann fokussierst du dich wieder darauf und das zieht man dann halt eben auch wieder an und dementsprechend ist Dankbarkeit auch wieder so ein einfaches Tool im Tool Journaling, das dich da wirklich echt in deine Kraft bringen kann und das hat wirklich einen Einfluss auf dein Wohlbefinden und auch so auf deine Laune, wie man ja auch so sagt. Ja, es ist einfach wunderschön, aber du wirst es selber merken, denn du bist ja bei der Challenge wahrscheinlich mit dabei und genau, wir werden da auf jeden Fall zusammen durchgehen und ich bin schon ganz gespannt, was ihr sagen werdet. Genau, das heißt, du findest in dem Journal, in meinem Null-Euro-Journal, dann eben jeweils sieben Tagesjournaling-Einheiten und dann am Ende der Woche eben eine Wochenreflexion. Zudem findest du dann noch eine Seite mit einem freien Journaling und diese Seite darfst du verwenden, um allgemeine Gedanken aufzuschreiben. Irgendetwas, was dich beschäftigt, irgendetwas, was vielleicht noch Besonderes passiert ist oder auch wenn der Platz halt einfach nicht ausgereicht hat auf der ersten Seite. Hier darfst du alles aufschreiben. Ja, vielleicht auch irgendwelche Gefühle, irgendwas, was du einfach festhalten möchtest. Ja, da habe ich dir einfach nochmal ein bisschen Platz gelassen. Das ist für mich einfach perfekt, weil ich manchmal einiges zu schreiben habe, was halt einfach über diese eine Seite hinausgeht. Benutz das einfach für das, was gerade bei dir präsent ist und hier auf dieser Seite darf das einfach Platz und Raum finden. Das ist ganz wichtig auch, wie ich finde. Und dann beobachte so gerne, was das Journaling mit dir macht und sei unbedingt bei der Journaling-Challenge mit dabei. Ich sage dir jetzt nochmal, wie du teilnehmen kannst. Besorg dir das Journal, Link hier in den Shownotes beziehungsweise unter dem Video. Du meldest dich zu dem Newsletter an und darfst dir dann da das 0 Euro PDF-Journal herunterladen. Wenn du schon im Newsletter bist und noch das alte Journal hast, dann schreib mir einfach eine Nachricht oder trag dich nochmal neu in den Newsletter ein. Dann lädst du dir das Journal herunter, speicherst es dir und druckst es dir gegebenenfalls aus, nur wenn du es wirklich brauchst. dann darfst du gerne noch eine weitere Person informieren über die Journaling-Challenge und vielleicht gibt es eine Person in deinem Leben, wo du jetzt sagst, okay, ich glaube, ihr würdet das auch ganz gut tun mit dieser Journaling-Challenge. Dann darfst du das total gerne weiterleiten. Dann nimmst du am Instagram Live teil am 31.01. Beziehungsweise siehst du dir die Aufzeichnung davon an. In diesem Instagram Live werde ich nochmal Fragen beantworten. Ich werde nochmal so ein bisschen was zum Journaling sagen. Ich werde einfach nochmal so in diese Energie mit euch reinsteppen und das einfach so ein bisschen so eine Einführung einfach in die Challenge. Und wenn du vorher Fragen einreichen möchtest, dann mach das gerne auch über meinen Instagram-Kanal, Facebook oder eben an meine E-Mail-Adresse hello-at-katrisch-link-couching.de Das hast du, glaube ich, auch schon fünfmal gesagt hier in diesem Podcast. Und dann startest du am 1. Februar in die Vier-Wochen-Journaling-Challenge mit uns zusammen, denn wir sind schon einige Frauen. Und ich freue mich, je mehr Menschen, desto besser, desto höher ist die Energie, desto mehr Menschen dürfen eben auch ja diese Magie im Endeffekt, so dieses Journalings spüren. Und wir ziehen zusammen durch. Ja, also wir werden das zusammen durchziehen und auch wenn es in der Zwischenzeit dann eben Fragen gibt oder Anmerkungen, ja, darfst du mich auch mega gerne kontaktieren. Und genau, das war es erstmal zum Journaling, was in meinem Leben wirklich so viel verändert hat. Und ich möchte es so, so, so gerne an euch weitergeben, dass ihr einfach auch spüren könnt, was das verändert, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt, das man ja eben auch mit dem Journaling macht. Reflexion, sich selbst zu reflektieren, sich die Zeit für sich selbst zu nehmen, was schon alleine diese vielleicht 10 Minuten, selbst in 5 Minuten sind am Tag. Das macht so einen Unterschied und zeigt dir auch, dass du es dir selber wert bist. Genau, ich hoffe, du hast etwas aus dieser Podcast-Folge für dich mitgenommen. Lass es mich total gerne wissen unter dem aktuellen Instagram-Post. und lass mir auch sehr gerne eine positive Bewertung dieses Podcast da auf Spotify oder Apple Podcast. Wenn du während diesen Podcast-Folgen mal eine Erkenntnis hattest, dann lass mir sehr gerne eine positive Bewertung da. Da freue ich mich nämlich immer sehr. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche hier wieder, nächsten Montag. Und ich freue mich auf jeden Fall schon auf dich. Und wenn du noch persönlich von mir begleitet werden möchtest, in Form eines Coachings, Hypnose oder auch mit der Kraft der ätherischen Öle, dann melde dich mega gerne auch zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch an. Da findest du auch den Link in den Shownotes. Und jetzt sende ich dir eine große Umarmung. Ich freue mich so sehr auf dich. Alles Liebe. Ich freue mich so sehr auf dich. Vielen Dank.